Neuer Monat, neues FAQ, es ist wieder Zeit für eine weitere fröhliche Fragerunde und damit hallo Formel 1 Fans und willkommen zu einem weiteren Video. Heute beantworte ich für euch insgesamt 15 Fragen, die ihr mir mit dem Hashtag Frag Mike gestellt habt. Denkt an das Google-Dokument in der Videobeschreibung, was die bereits gestellten Fragen angeht. Fangen wir mal mit der Fragenbeantwortung an. Frage 1, die kommt von Jannik Brauner. Hashtag Frag Mike. Was glaubst du, welches Team von den ganzen Regeländerungen ab 2021 am meisten profitiert wird? Das kann ich dir nicht beantworten, da der Entwicklungsstand noch gar nicht bekannt ist. Das werden wir in den nächsten Monaten sehen. Zu Frage 2, die kommt von Open Wheeler. Hashtag Frag Mike. Glaubst du, dass Mercedes seine Dominanz für den Rest der Saison durchzieht oder können Ferrari und Red Bull Mercedes noch ein paar Siege wegschnappen? Ich tippe auf Siege von Ferrari und Red Bull, da definitiv noch Strecken kommen, die dem W10 sicher nicht so liegen werden. Schreibt mal die Strecken in die Kommentare, von denen ihr denkt, dass der Mercedes definitiv nicht als Sieger von der Rennstrecke fährt. Zu Frage 3, die kommt von KCPRKRZÜK. Hashtag Frag Mike. Kannst du mal deine F1 2019 Kamerasettings zeigen? Machst du bei Videos weiter so? Dankeschön und hier hast du sie. Zu Frage 4, die kommt von NB46 Let's Plays. Hashtag Frag Mike. Nachdem die 4 jetzt schon zweimal gegen Ferrari gesprochen hat, Kanada und Österreich, findest du, dass es eine Verschwörung gegen Ferrari gibt? PS, sehr informative Videos, mach weiter so. Grüße aus Hannover. Grüße zurück und Dankeschön für das Kompliment. Das halte ich für ausgeschlossen. Das bilden sich manche nur ein, aber wenn ihr mich fragt, nein. Zu Frage 5, die kommt von Giuliano B. Hashtag Frag Mike. Warum hat man Soft Rot, Medium Gelb, Hart Weiß und nicht Soft Gelb, Medium Weiß und Hart Eisblau oder Orange genommen? Ganz ehrlich? Ich weiß es nicht. Ich habe gesucht und gesucht, aber ich habe nichts Passendes an Infos gefunden. Ich könnte jetzt nur raten, es könnte sein, dass Rot schon immer eine aggressive Farbe war und sie haben sich wohl für diese Farben entschieden, weil die halt kontraststark sind und besser zu erkennen sind, als zum Beispiel Rosa oder der Hypersoft. Ich habe sogar in Pirelli eine E-Mail geschrieben, habe aber bisher keine Antwort. Ich halte euch da auf dem Laufenden und poste es in die Community-Funktion. Zu Frage 6, die kommt von Linus Schwarz. Hashtag Frag Mike. Denkst du, Verstappen würde Hamilton im selben Auto besiegen? Boah, schwer zu sagen. Für mich ist Max der aggressivere Fahrer, aber ob er Hamilton schlagen kann, kann ich nicht beurteilen. Zu Frage 7, die kommt von Oliver Kolodji. Hashtag Frag Mike. Glaubst du, dass noch in dieser Saison ein Mittelfeldteam aufs Podio kommt? Das ist ja bereits in Deutschland passiert. Aber wenn du mich fragst, ob das nochmal vorkommen könnte, würde ich sagen, dass es nur bei einem Regenrennen passieren könnte mit viel Chaos. Zu Frage 8, die kommt von Johannes Schalburg. Hashtag Frag Mike. Connor hat ja gesagt, dass er immer noch an Gasly denkt, aber Marco denkt das Gegenteil davon. Wer entscheidet jetzt bei Red Bull? Zweitens, wie sieht deine Fahrerfahrung für 2020 aus? PS, machst echt coole Formal 1 Videos. Dankeschön fürs Kompliment. Ich würde sagen, Dr. Marco trifft die Entscheidung, da er Berater bei Red Bull ist. Und zu deiner zweiten Frage, ich glaube, Verstappen und Lukas Auer, da Gasly wahrscheinlich gehen muss. Zu Frage 9, die kommt von Hendrik. Hashtag Frag Mike. Muss man als Fahrer einen Knopf drücken, um zu funken, oder wird jedes Wort als Funk aufgenommen? Man muss einen Knopf drücken, genauer gesagt den Radio-Knopf, um mit der Box zu kommunizieren. Zu Frage 10, die kommt von Enrico Zeidler. Hashtag Frag Mike. Kannst du dir es vorstellen, dass McLaren nochmal zum Mercedes-Antrieb wechseln würde? Es läuft ja ganz gut mit Renault. Allerdings hoffe ich, dass sie nochmal mit Mercedes-Antrieb fahren würden. In ferner Zukunft ja, aber vor kurzem gab es ja, was das angeht, bereits Gerüchte, aber mehr auch nicht. Zu Frage 11, die kommt von JogelTV. Hashtag Frag Mike. Was kommen für Änderungen 2020 am Auto und wie fändest du es, wenn man zwei Rennen pro Wochenende fährt, sowie die Formel 2? Und was hältst du davon, die Autos wie bei der Formel 2 gleich zu bauen, sodass es an dem Fahrer liegt? Dann würde ein Verstappen ein WM-Kandidat sein, oder? Zu den Änderungen 2020 habe ich ein separates Video gemacht. Schau mal oben rechts. Und ehrlich gesagt, finde ich die Idee mit den zwei Rennen am Wochenende gar nicht mal so scheiße. Die Autos werden meiner Meinung nach jetzt 2021 mit Einheitszahlen unterwegs sein, mit der die Formel 2 auch unterwegs ist. Und das macht das Racing noch spannender, weil alle Boliden so gut wie gleich sind. Zu deiner letzten Frage, das halte ich für möglich. Zu Frage 12, die kommt von Novatex F1 Gaming. Hashtag Frag Mike. In der Formel 1 gibt es ja Messgeräte für alles Mögliche und das nennt man auch Pitohrohr, glaube ich. Aber wie funktioniert das Messgerät an der Front des Boliden? PS, super Kanal und super neue Designs im Video, mach weiter so. Dankeschön Nova. Er meint das hier. Das ist ein Pitohrohr, ein sogenanntes Druckmessgerät, mit dem die Luftgeschwindigkeit eines Boliden gemessen wird. Diese Rohre werden von den Teams in den Bereichen installiert, wo sie die Luftgeschwindigkeit messen wollen. Dieses Pitohrohr besteht aus zwei Rohren. Eins davon zeigt direkt in den Luftstrom und misst den Gesamtdruck, während das andere Rohr in die Strömungsrichtung geschlossen ist, aber in der Atmosphärendruckrichtung geöffnet ist und den statischen Druck misst. Wenn man den statischen Druck vom Gesamtdruck mathematisch abzieht, erhält man den dynamischen Druck und daraus wird die Luftgeschwindigkeit berechnet, die dort anliegt. Ich hoffe, ich konnte euch das vernünftig erklären. Korrigiert mich bitte, wenn ich da etwas falsch gesagt habe. Zu Frage 13, die kommt von Niklas Grünow. Hashtag fragt Mike. Wie weit ist eigentlich der durchschnittliche Bremsweg vor einer Kurve? Das ist unterschiedlich. Das kommt auf die Kurve, die Bolidengeschwindigkeit, das Tankvolumen, der Bremsenhersteller, die MGOK und so weiter an. Aber wenn ich jetzt raten dürfte, würde ich sagen 70 bis 100 Meter. Zu Frage 14, die kommt von Paul151. Ich werde nur eine Frage davon beantworten, weil ich die anderen schon beantwortet habe. Ich nehme die dritte. Hat Jeremy Clarkson deiner Meinung nach recht, also seine Aussagen zu der Formel 1? Für alle diejenigen, die nicht Bescheid wissen, Jeremy Clarkson hat ein Interview gegeben, wo er knallhart mit der Formel 1 abrechnet und dabei kein Blatt vor den Mund nimmt. Spoiler-Alarm, er hat ungefähr fünfmal das Wort Fuck-Off gesagt und hat er damit recht? In meinen Augen ja. Ich habe euch das Video mal unten in der Videobeschreibung verlinkt, könnt ihr euch gerne mal ansehen. Damit kommen wir zur Frage 15 und zur letzten Frage, die kommt von Mitsu Seerock. Das war's mit der Fragerunde für den Monat August. Wenn ihr mich jetzt noch supporten wollt, könnt ihr auf Like klicken und wenn noch kein Abonnent dieses Kanals ist, kann das mit einem Klick auf Abonnieren nachholen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao. Ciao.